. 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 Was ist denn? Mensch, du siehst ja aus wie eine Leiche. Komm mit dem vom Blutspenden, Mann. Mensch, du machst'n das? Ich brauche irgendeine Kohle, Mann. Komm, Mensch. Ruhig, guck mal, ob dich einer von uns ne Wagen übrig hat. Was ist denn? Was ist denn so? Was ist denn noch ein Beispiel, was du willst? Ja, was ist denn? Ich könnte mit meinem Fuß再來schieben. Gut, ganz gut. Aber geht schon. Oh, ich geht hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020